Hallo liebe Kiket-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Kiket-Version 8. Ja, wir hatten ja im letzten Video hier in den Leiterplatten-Editor unseren EdgeCAD reingeladen, hatten den ein bisschen angepasst, die Bauelemente entsprechend platziert, geroutet habe ich gemacht. Ich habe hier Fläche eingefügt, die Platine ist soweit fertig, wir lassen nochmal den DRC starten. Alles gut, alles okay, wir haben keinen Fehler, wir speichern ab, schließen den ganzen Spaß und wechseln zurück in unser FreeCAD. Ich mache hier nochmal FreeCAD zu, ich hatte ja aus diesem Körper hier, aus diesem Gehäuse, hatte ich ja den EdgeCAD exportiert und jetzt wollen wir natürlich unsere Platte wieder in diesen Körper hier reinbringen. Dazu habe ich jetzt hier schon mal die Kiket-Step-Up-Workbench aufgemacht und wir sagen jetzt, wir möchten mal das Board loaden, das heißt hier unser Tutorial, da haben wir es ja drin. So, jetzt macht Kiket hier dummerweise eine neue Datei auf, das wollen wir eigentlich nicht so haben, deswegen gehe ich hier rein, sage rechtsklick kopieren, wir wählen hier alles aus, dass hier alles kopiert wird und gehen einfach hier nach links und sagen, einfügen und also hier auf den Körper klicken und dann rechtsklick einfügen und dann sitzt das hier drin. Wir haben also jetzt hier unsere Platine und entsprechend den Körper. Gut, oder das Gehäuse. Wie kriegen wir jetzt am nächsten Schritt diese Platine hier drauf? Wir wollen die ja hier hinlegen, die soll ja da drauf positioniert werden. Dazu gehen wir wie folgt vor, über Werkzeuge, Add-on-Manager installieren wir uns die sogenannte Manipulator-Workbench. Die hat eigentlich nichts weiter als diese paar Buttons hier. Wir klicken mal hier drauf und dann hier in die freie Fläche rein, dann wird hier dieses Fensterchen geöffnet, dieses Align-Tool und jetzt müssen wir folgendes machen, wir müssen jetzt einmal, ich zoome mal hier rein, wir möchten jetzt diesen Kreis haben, dieser Ecke, den wählen wir anhalten, Steuerung gedrückt und wählen jetzt hier, ich zoome nochmal ein bisschen raus, also wir haben diesen angewählt, der ist jetzt ausgewählt, grün, Steuerung gedrückt halten und jetzt soll ja jetzt passend dieses Loch da drüber, wir wählen also dieses Loch aus, das ist jetzt die Unterseite dieser Platine und klicken dann hier auf allein und wir sehen jetzt springt hier unsere Platine automatisch dahin, wo sie sitzen soll, wir gehen gleich mal auf Speichern und damit hätte ich jetzt die Platine hier sauber maximal oder genau positioniert. Wir sehen auch hier die Löcherstimmen überein und jetzt kann ich hier quasi in diesem 3D-Modellobjekt wieder weiterarbeiten und das zeige ich euch dann im nächsten Video, wie wir jetzt zum Beispiel hier nochmal Bauelemente positionieren könnten und dann wieder zurückspielen und uns das im KeyCat anschauen. Soweit erstmal dazu, damit ist jetzt unsere Platine hier positioniert. Also, ehe ich es vergesse, hier, ich hatte ja, oder wir hatten ja im letzten Video unseren EdgeCat hier etwas manipuliert, indem wir hier einen Millimeter nach innen gegangen waren und wir sehen also auch hier den Abstand jetzt zwischen den beiden, zwischen Gehäuse und der Platine, das passt also, hat also geklappt, die Platine sollte dann auch problemlos in unser Gehäuse hineinpassen. Danke für die Aufmerksamkeit.